Ein herzliches Moin Moin meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer Runde Domination. Best of 3, Forerunner, let's go, heute mit dem Bersi, Abfahrt. Wie immer die Devise, wenn ihr Bock habt, gerne mal ein Like raushauen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, haut einfach mal ein Abo raus und wenn ihr mitzocken wollt, auf jeden Fall in die Kommentare hämmern. Puh, hätte ich richtig Bock. Was sagt unser Team? 6er Centu. Ein 8er Panzer. Und ein Rom 0 JJ. Das Gegner Team geht. Schauen wir mal. Ah. Ja Moin. Das war der JJ beleidigt oder was? Ich hoffe euch eigentlich geht's gut. In dieser bescheidenen Zeit. Ach, diese Fackensteins ey. Holy moin. Piu, piu. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Da kommen gleich zwei. Kannst du bitte aufhören alles zu blocken. Das wär sehr nett. Hey, hey. Hey, das wär's doch alle zu holen. Hab ich. das geht doch nicht oh nein, der kommt doch gerade schade schade, schade, ich dachte ich komme noch weg aber Gesundheit, mein Junge wir haben einfach mal eiskalt alle Punkte verloren wo sind denn mal unsere Teamkameraden könnten wir mal bitte aufzwicken Hi oh, mach ihn doch nicht oh daneben oh oh ich bin verblutet oh Gott ja, dieses eins der dreien sagen hat halt voll keinen Wert wir sind total verstreut das in der Tat das ist nicht schön ganz dringend Punkte wir haben ganz dringend Punkte wir haben ganz dringend Punkte ganz dringend 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 das haben wir erstmal getrunken oh nein oh wow ich habe mich das Todes erschrocken auf einmal geht die Falltür auf aber ich wusste gar nicht dass sie da jetzt sowas runter gebaut haben nach auf einmal geht es nach 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 Wir werden erstmal Hard in Crap und kriegst noch ein Kunai. 600 zu 500 Punkte. Ist noch alles drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, was ich hier tue. Das war ein Suicide auf jeden Fall. Einer ist auf B. 3 gegen 2 könnte das sogar funktionieren. Da ich ja auch gesehen habe, dass jetzt hier den Graben zu unterschätzen war. Hier nochmal den Graben unterstützen. Da war auch einer in die Eugen. Einer und Abfahrt. Achtung los. Ach, da haben wir beide mal rausgelassen. Das war's für heute. Das war's für heute. Uwe. цаer und Abfahrt. Der. 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 Kyse. Ah und er parriert wieder Und jetzt hat er Rage Aufpassen Auf Safety Ja wir müssen jetzt echt aufpassen Lassen wir kurz hier warten Jungs Oh haut doch nicht ab Lass uns doch kurz zu 1000 Ah gut wir haben W verloren Und gleich noch eine da her und nochmal Immer rein in die Oh Gott Ja schnell zählen Oh und er haut mit dem Pfeil ins Größe Das kann doch nicht wahr sein Ah ja das war für uns ein Tool Oh Eifert wie die Shinobi den Lorbringer aufmacht Wow Das war heftig Wow Tja meine Freunde das war immer anders krass 66 227 Punkte ist auch nicht so der Knaller Aber Wir sind in der nächsten Runde Bis gleich So meine Freunde die zweite Runde startet in Kürze Wir haben jetzt hier zwei Warn im Team Und ein Prior gegen ein reines Viking Team Bersin Ein Highliner Dann äh was ist das da hinten Ach ne Valkyra Ne Valkyra und noch ein Warlord Und das wird auch Hand ins Hand Und das wird auch Hand ins Hand Der Basis ist jetzt auf 7, ich freue mich schon mega wenn der ein bisschen weiter So erstmal hier auf Entspannung, ein bisschen auf T-Chillen Ich denke mal die Warden gehen jetzt gleich in die Mitte und rasieren die einmal weg, das ist ja schön, das will ich sehr begrüßen Aber wir schnappen uns erstmal den Lollard Ohja ich parry einfach alles Sehr schön Auf C sind welche, ich geh mal A holen Nein 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 nein, lauf mein Junge, lauf 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 Sooo Kommt da was? Ne Ich denke mal hier wird jetzt einer chillen von uns, dann gehen wir wieder in die Mitte Da chillen jetzt alle auf C Okay Oh 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 ich konnte mich nicht bewegen Oh 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 Er wird 2 mal getötet hat, instant rage. Geil, die müssen wir jetzt einmal ganz schnell platt machen auf zähl. Ach ja, miss Fußträger ist am Start. Ah, na kam der Hebe. Scheiße. Und wir vielleicht so. Wir müssen die bis unter Druck setzen nicht. Das ist hier nicht so viel Druck dabei. Wir haben sie schon verloren, ich bin in der Mitte. So, jetzt müssen sie nehmen. Oh, hi. Ey. Wie ist das? Ah, schade. Die habe ich nicht kaum gesehen. So viel zum Thema unter Druck setzen. Aber daher konnten jetzt wenigstens unsere Jungs sie wiederholen. Ich komme auch auf B. Ich komme auch auf B. Und C verloren, ich block mal B. Oh. Wo ist er? Da. Hi. Oh, sorry. Oh. Oh, ich wollte ihn auf den Sack drücken. Oh, jetzt kommt er jetzt aus. Aufgericht, das ist heute wieder. Oh, nein. Weil. So viel ins Sack drücken. Oh. 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 Undいく. BAM. Unwürdig. Ja, Freunde, irgendwie. Ich weiß immer, was du hast, oder? Was ist denn hier? Zwei Worten. Warum kann ich denn nicht denn? Nein, es ist kein Leben. Kein Leben. Kein Leben. Schuh reinwaschen, meine gute Idee. Jetzt kriegt der Highlander erst. Ah, ich verbrenne. Z-Button. Sehr schön. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Bitte musst du nicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich hab doch geparriet, Mann. Was gibt's da nicht? Sehr schön. Danke. Der ist nämlich zu fett. Ja, scheiße. Der ist nämlich zu fett. Oh Mann, die Parrys gehen nie durch. Ich scheiß auch nicht. Wir sind gleich am Last Stand. Oh nein, der Warden hat mich getötet. Ich pack's nicht, ey. Der Warden hat mich getötet. Nein, meine Hunde habe ich wieder. Danke schön. Ich hab's nicht, ich hab's nicht getötet. Nee, ich hab's nicht getötet. Oh, wow, Freunde. Das war ultra knapp, ey. Oh, wow. So, damit geht die zweite. Und dann müssen wir jetzt in der dritten Runde nochmal alles geben, also bis gleich. So meine Freunde, die dritte Runde schaut jetzt, jetzt und jetzt müssen wir richtig abliefern. Jetzt müssen wir richtig abliefern. Wir haben jetzt zwei Schöpokes-Utip. Ja, ich denke mal, es ist ein Favorit-Team von Arranger und kämpfen immer noch gegen den Bersi B2-1 und jetzt den Raider, ach der Raider ey, der wird wieder anders angenehm. Let's go. Ich bin jetzt hier im Hafen und los geht's Freunde, los geht's, los geht's. Jetzt mal auf Entspannung C, genau. Ah, weil die auch R-Raden. Hier rein. Ich hab doch. Boah, der war richtig close, der war richtig, richtig close. Jetzt ein bisschen heilen. Wir haben jetzt zwei auf C. Hier. Wir haben jetzt zwei auf C. Ah, die. Ach ja, unhöflich. Das sah aus wie so eine schlechte Knallgeschichte. Ja, jetzt kommt raus, doch auch nicht. Ach, Muscha ist auch so ein unverschämter Charakter, ey. Sehr schön. Nicht sterben. Springen auf den Board. Sehr schön. Ah ja, er drückt sich auch um. Eigentlich wollte ich ihn fischen die Beine latschen. Wenn er vorhin so unhöflich war. Wir verlieren jetzt A. So, los nimm B, ihr Schlingel. Ach, der war Pro geklant. Sehr schön. Nein, nein, nein. Er ist schwer runtergefallen. War nicht so unnötig. Dong. Wutst du mich, Digga? Frechdachs. Frechdachs. Wir haben C verloren. Hä, ist das verwirrt? Was glaubst du, wer du bist, mein Junge? Teich, mein Junge. Nein, jetzt juckt dir keinen. Wow. Sehr schön. Dankeschön Hopp So, kurz ein bisschen heilen Boah So, da muss ich wieder gut gekleckert So, wir haben A wieder verloren Aber auf A Der Kampf sieht ganz gut aus Boah Voll angejumpt BAM Wir haben C oder Die beiden laufen wieder auf C Wir versuchen mal kurz ein paar Minutes wegzuquatschen Auf A versucht es mal einer Aber Ich wollte doch abbrechen Sehr gut Wir haben bestimmt etwas gut haben Deswegen Oh und er erwischt mich noch ey Das gibt's doch nicht Boah 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 Dann ist er worden Knappes Ding Knappes, knappes Ding Knappes, knappes Ding Zack, zack Das ist jetzt meine Chance Ich kann schnell C holen Top Oh, das war die Aufmerksamkeit. Die Radar kommt. Ich hoffe so. Das heißt nicht warum mein Unblockable Sein abgebrochen hat, weil mein hat zuerst geweckt. Ihr Team ist breaking. Oh, ich fall ins Wasser. Schade. So, jetzt wird es interessant, wie man da in der anderen Ansicht erneut. Ne, als es ein Geweide ist. Ja, er läuft doch nochmal teuer. Richtig guter Demo Gloss. Schade. Ja, aber das ist einfach zu heftig. Aber gut gespielt. Alles klar meine lieben Freunde, das war es erstmal wieder von mir. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls es so... Falls es... Ich hoffe es hat euch gefallen. Alles klar meine lieben Freunde. Das war es erstmal von mir. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls es so teilen. Bleiben auf. Nice. Okay. Alles klar meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Hat euch gefreut. Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Haut rein. Euer Bobby.